Gut gesehen, Lola! Sehr gut! Bop! 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 Wer hat den Samba im Fuß? Das sind wir vom FCR! Wer spielt Fußball aus einem Guss? Wer die Mädels vom FCR? Wer holt Pokal und die Meisterschaft? Wir das Team vom FCR! Wer ist die Nummer 1 auf dem Platz? Na, wir vom FCR! Wir haben den Samba, Samba, den Samba, Samba, den Samba, Samba im Fuß! Wir haben den Samba, Samba, den Samba, Samba im Fuß! Wir haben den Samba, Samba, Samba! Der Kopfballtor zum 1 zu 0. Luisa Wensing setzt ihre Kopfballstärke da ein und bringt die Auswahl von Maren Meinert. Verdient in Führung, 28 Minuten rum, im Stadion Romeo Galli von Imola Deutschland, dem EM-Titel ein Stück näher geht. Frauen, Fußball, Zicke, Zacke, Männer spielen oft einfach Kacke. Der männliche Spielehr ist ein fauler Millionär, spielt Fußball nur im Stehen, wir wollen die Frauen sehen. Alles lahme Säcke, die kommen nicht vor Flecke, den Männern fehlt Moral, das sag ich jetzt auch verbal. Komm, wir schreien laut, lasst uns alle singen, im Gegensatz zu Männern können Frauen auch gewinnen. Frauen, Fußball, ist sie geil. Luisa Lulle Wensing